Ola und willkommen bei die Roten Teufel, Ihrem Fußball-Nachrichten-Kanal. Heute bringen wir wichtige Updates zur Situation von Kaiserslautern und den Sorgen im Tor. Lassen Sie uns direkt zu den Highlights gehen. Aber zuerst, bitte liken Sie das Video, um uns bei unserem Wachstum zu unterstützen. Lasst uns zum Video gehen. Das Baustelle im Tor des FCK bleibt ein Problem. Mit Julian Kral, der immer noch auf die Rückkehr zum Training nach einer Verletzung wartet, ist Robin Himmelmann der Mann für den Job gewesen. Aber seine Leistungen haben uns Fans nicht überzeugt. Der FCK hat einige schlechte Spiele in der Bundesliga hinter sich und spielt gut im DFB-Pokal, aber er kann es sich nicht leisten, in diesem Endspurt der Saison zu schwanken und das Risiko eines Abstiegs einzugehen, was weitere interne Probleme im Verein verursachen könnte. Gegen Gräuter Fürth, das vier der letzten fünf Spiele verloren hat, sind drei Punkte fast obligatorisch. Aber unsere Verteidigung ist mit 56 Gegentoren die anfälligste der Liga und muss standhaft bleiben. Himmelmann, der in den letzten Spielen das Tor gehütet hat, strahlt kein Vertrauen aus. Obwohl er keine schwerwiegenden Fehler gemacht hat, ist seine Unsicherheit offensichtlich. Seine Verpflichtung war bereits aufgrund des Mangels an Spielpraxis ein Risiko, was seine Leistung und die des Vereins beeinträchtigt. Der Abgang von Andreas Lute, der jetzt in Bochum ist, scheint ein Fehler gewesen zu sein. Seine Erfahrung und Ruhe könnten in dieser kritischen Phase wertvoll sein. Die Personalverwaltung des Vereins steht in Frage, insbesondere angesichts der instabilen Situation im Tor und der Notwendigkeit neuer Ersatzteile für die kommende Saison. Mit Kral immer noch nicht verfügbar, muss der FCK schnell Lösungen finden. Das nächste Spiel gegen Wehen Wiesbaden ist entscheidend und sowohl Himmelmann als auch Kral müssen ihre Fähigkeit beweisen, dem Druck standzuhalten. Jeder Fehler kann teuer für das Team im Kampf um den Verbleib in der Liga sein. Was denken Sie, muss getan werden, damit unsere Verteidigung weniger durchlässig ist? Hinterlassen Sie Ihre Meinungen in den Kommentaren. Bleiben Sie dran für weitere Updates über den FCK hier bei Die Roten Teufel.